hallöchen da sind wir wieder mit gta so schön offline wie es noch nie war so ganz schnell gut ich war unangeschnallt das ist aber nicht nett ja es geht weiter mit der story ich habe aktuell so mal gar kein internet jedenfalls zu diesem zeitpunkt hier gerade ja das ist natürlich ärgerlich keine ahnung ich erreiche meinen server da irgendwie nicht ich hoffe das problem löst sich von selbst der tage oder am besten noch im laufe der stündchen sonst haben wir ein problem ich habe wir fahren mal nach hause mal gucken was da so los ist ist echt schlimm habe ich noch nie gehabt seit ich den neuen anbieter naja kann mal vorkommen ich werde jetzt auf jeden fall erst mal diese session hier machen online kann ich ja jetzt eh nichts und aufnehmen deswegen dachte ich mir oder mache ich jetzt mal eine fette story modus session wenn es danach immer noch nicht geht dann schaue ich einfach mal nach ja könnte ja möglicherweise sein dass da geht ja online für ein paar tage ausfällt bis ich wieder hochladen kann beziehungsweise überhaupt aufnehmen kann ohne verbindung klappt das natürlich auch nicht aber wir haben ja hier genug zu tun falls ich die folge überhaupt online krieg ha 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 Du hast überhaupt einen Penis? Oder bist du ein Maphrodites? Boren ohne genitals? Ja, das ist ein Schmerz! Ich bin nur ein Liedclub-Singer mit einem trockenen Haft! Du bist ein Schmerz! 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 Das ist ein Schmerz! Du bist ein Schmerz! Ich kann nie glauben, dass du das gemacht hast! Das war meine Tv! Du bist meine Eltern? Ich kann nicht glaubtest, dass du sie überhaupt nicht haben! Du wirst dich kein Schmerz! Ja, warum musst du etwas machen? Was hast du da? Was hast du so zu sein? von deinem Sohn? Ja! Nein! Ich möchte, dass du etwas machen willst! Besonders, sitz da, essen! Ja, toll! Danke für die Wunschung, Dad! Das bedeutet viel! Warte! Ich versuche, dich zu helfen! Dad! Nun, nichts sagt, dass ich dich liebe, wie ich meine TV schrauben! Nichts überhaupt! Entschuldigung! Ich wünsche, dass wir alles zusammenarbeiten können! Ja, was Dinge? Ich weiß nicht! Uh, gehen wir gehen! Playball! Ich weiß, dass ich schlechte Schmerzen habe! Bicke-Ride, dann! Bicke-Ride? Willst du gehen auf eine fucking Bicke-Ride? Okay, okay! Wir gehen auf eine fucking Bicke-Ride! Bicke-Ride? Okay, Dad! Ich habe nur das, was dir zeigen! Okay! Ja! Wir erziehen heute mal unseren... Das A ging so gut, bis du kamst! Weißt du das? Ah! Ja! Ja! Wir gehen auf die Haus! Nach dem Bicke-Ride! Was ist das große Problem? Wenn irgendwas falsch geht, kannst du einfach deine Todesfache und anfangen! Wie bin ich zu entwickeln meine eigenen Moral-Sensibilität, wenn deine so sehr unglaublich schmerzt? Nein! Mach mich! Seriously! Einige Leute, die Bicke-Ride! Bicke-Ride? Du warst in der Kopf, schrecklich zu schmerzen! Sie haben nur die Rechtheit von deinem Geburt, mit Paymenten! Wenn es etwas anderes ist, was du mir gesagt hast, dann das auf dich! Alles klar! Sie haben es verdient! Und wer weiß, was sie hätte getan haben, wenn sie mich gefunden haben! Aber ich habe nicht erwartet, oder ich will sie getötet werden! Du denkst, ich werde ein paar Leute schmerzen mit meinem Sohn? Schau, ich wusste, dass du ein schlechter warst, aber... Oh, ein schlechter warst! Ein schlechter! Ein Verrücker? Ein Verrücker? Ich glaube, ich bin alle diese Dinge, eine Stunde oder andere. Genau? Es ist einfach... Was? Ich habe immer gedacht, dass ich das gut ist! Gott, helfe den Moral-Banker-Planeten, die unsere Generation hat uns gelegt, wenn du das gut ist! Ja... Insofern... Ich wusste immer, dass du den typen von Person, der nicht die andere Menschen in den Weg warst, aber... Ich habe nicht gesehen, dass das passiert, bevor... Ja, naja... Das ist mir, Jim! Und ich habe mein Bestes versucht, die Dinge unter Kontrolle zu bekommen, für die letzten 10 Jahre. Aber das war eine extrem fucking Situation! Und ich musste acten! Eine normale Person hätte das nicht getan können! Ja, naja... Ich musste... ... um dich zu beschützen. Ja... 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 Da hat er vielleicht recht, so ausgewohlen, halt... Ich meine, guck mal, wie der auf dem Fahrrad steht! Hallo! 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 Hey, ihr! To date! Take your pick! Yo, thanks! Tja, da nehme ich... ... das... ... Fahrradfahren in der Perspektive ist auch was Neues. Ehrlich gesagt, ziemlich komisch. Den Zocken war locker. Boah, ist das komisch. Jim, don't give yourself a hernia. There's a prize waiting for you at the end of the beer, Pop. I'm just waiting for my moment. Hehehe, ja. Der kleine Fahrrad-Turz ist auch aber schön. Ich fuhr zählt ins Gesicht, was? Dann überhole ich den wohl überschnell. Dann überhole ich den wohl überschnell. Wie ändere ich den jetzt hier? Alter! Ich kann die Perspektive gar nicht ändern. Doch, so. Ich könnte den locker abziehen, aber weil's der Sohn ist, lassen wir den einfach mal hin. So nett sind wir, ne? Onkelliebe. Hehehe, Hashtag für die Folge Onkelliebe. Jajajaja, der ist gut entzogen. All the way to the end, come on, old man. Don't die. Don't give him the pleasure. Lie down, old man. Don't give up. Even though you're losing. Come on, you're working now. Ja, komm schon. Oder sollen wir mal die nötige Härte zeigen? Hey, don't they have fitness video games you can play now? If I have a heart attack, it's your fault. You killed my best friend, you bastard. This is for him. Hehehe, hehehe, hehehe. Come on with your balls, old man. My lungs are burning, but humiliating you makes it all worthwhile. Oh, that's it. Number one, pal. You owe me a TV. Hey, I never agreed to that. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, well, I'm giving it my best shot. Hey, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole mid-life crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know, the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl, drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You're fuck. Ah! Dad, wait! Jetzt geht's los. Juhu. Sehr schade, dass die solche Schiffe nicht mal auch nebenbei so herumlegen. Jetzt muss ich echt da hinschwimmen. Mein Handy piepst die ganze Zeit. Ich freue mich, falls ich gleich mal eine Xbox Live-Nachricht kriege. Dann weiß wenigstens, dass mein Internet wieder geht. Aber ich glaube, das betäut mich. Naja, da kann ich auch nichts für. Muss ich halt Doppelfallung raushalten. Äh, raushalten, sag ich schon. Raushauen, falls das länger ein Problem sein wird. Ich tauche jetzt auch nur, um das hier ein bisschen zu beschleunigen. Unser Lungenvolumen. Hey, guck mal. Nein, ich wollte nicht springen. Aaaaah! Weil ich fast da den Fisch umgehauen habe. Ich wollte eigentlich diesen Ball da treten. Ich wollte das. Ich bin ein Dänzer. Ja. Ey, man, du. Woah, woah, woah. Ja. Wollt's, wir werden uns aus dem Klee. Dad, du schützt mich, diese sind meine Freunde. Ja, du schützt mich, Mann. Sie sind hier verrunding porno. Sie schützt porno all over town. Mom schützt unsere Haus zu ihnen last summer. Was das eine Poor-House? Ja! Man, du hast eine Killer Padme. Ist das awesome? Let's go! Du denkst, ich mach das? Nein! Hey, hey! Shit, Daddy! What are you doing? Hey! What the fuck, man? I like this! What the problem? You're such a jerk! Come on! Dad, you dumbass! These guys are serious! Yeah, well, so am I! What's wrong with the scene of my fucking boat? Oh, motherfuckers! Get on! Now! I'm about to get you alive! Team Lips. I'm just getting there? Goddammit! Go! Die schießen auf mich! OMG! They're coming! Go into that outfit! My dad doesn't miss, so just like F off, please! Alright! Alright! They're shooting! They're effing shooting! Häng die Verfolger ab? We'll lose them down here! Darf ich die nicht abknallen? Wie soll denn das? Oh, you know! TV-People, celebs, serious drug dealers! Die einfach abschlachten! Since when the TV-People and drug dealers start hanging out! Come on, Dad! It's Los Santos! I can't believe I sort of had sex with you, you psychopaths! Move, Papa! My dad's the one you wanna kill! He's on the front of this thing! Was die da voll aus? Ey, was zur Hölle war denn das jetzt? Boah, ich hasse die Ego-Perspektive manchmal ein bisschen. Ich darf die nicht abknallen, aber die mich, oder? Ich knall jetzt gar einfach. Die können mich mal kreuzweise an eine Pupel lecken. Shit! They're coming after us! Go into the outlet! F off or my dad will like cap one of your asses! Oh, God! Look, they're shooting at us! We'll lose them if we keep going this way! So. Daddy, you just killed him! Maybe he's just injured! Turn around or he'll cap you too! Yeah, genau. Dreht lieber um, dann mach ich euch auch kalt. Can't you see, he's a psycho? Go away! Run, okay? My dad's going crazy! Stop chasing us and help Blake! He will sterben, der Typ! Dann helfe ich ihm dabei. Turn around or he'll cap you too! Ah, jetzt... ...treff ich dich eh nicht aus der Ferne. Lolololo! Oh, he stopped following us! At least one of them is still breathing! Take a deep breath, baby! It's okay! I'm taking you back to your brother! Oh, yeah! I'm an accessory to murder! No, you're not! You're an accessory to self-defense! Have I, like, got to be a witness because I... ...I like, did some blow! You did blow?! Yeah! I did some blow, and that might, like, make my testimony inadmissible! You're not admissing anything! There won't be a trial unless you're on a trial for doing blow! After you ruined my day, stole my friend shit, cap them, and I'm the one on trial?! They started it! And we wouldn't be in this mess if you hadn't hung out with some creepy-ass porno people and done blow! Ugh! You didn't know I did blow until I told you I did blow! So this should be, like, an increase in trust and honesty thing! And porno dudes are, like, the best dudes I could be with! Porno dudes?! Really?! Yeah! They actually respect women and treat us right! It's Los Santos' dad! What do you expect when he moved here? You! You fucking asshole! Listen, he's the fucking asshole, okay?! He smashed my TV, and he took me to the beach! The beach! With my skin! So what, you sent him out to spoil my day, too?! I didn't know that he was gonna come get you! I just told him where you were! You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went! I'm getting a cap! I'm coming with you! How about I just drive us home? You ruined my life! Run it! Run it! Run it! founding Gotta go! Oh! I'm looking for two miles! Well, I'm looking for the note! Okay, so... Du könntest doch nicht ins Meer werfen, Junge. Iiiiiaaa. Ein Triathlon ist jetzt verfügbar und das Boot ist weg. Naja, schade. Ich dachte, ich kann da nochmal drauf. Mal Hallo sagen. Was ist das? Ja, ich... ... ... ... Hm, also... Duuuu! ARDUAT! 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 Gcon Gäste, schnell! ARDUAT! 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 Wisst ihr Leute, ich bin seit kurzem zum Thema Liebe so ein bisschen behindert. Aber naja. So, was machen wir? Mit Franklin oder? Nächste Folge Franklin Folge oder was? Könnten wir auch so einteilen, ne? Michael, Franklin, Trevor folgen. Ich würde sagen, wir gehen mit Franklin mal auf den Schießstand. Kann er, glaube ich, mal gebrauchen. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Euer Onkel. Ciao.